Ja, da gibt es noch ein paar Jungs in der Nähe. Da gibt es noch ein paar Jungs in der Nähe. Du willst einen Tanz machen? Ja, mir geht doch. Ja, so denkst du. Ja, du musst einen Schrittchen lehren. Ja, so einen Schrittchen nach oben. Ich habe früher auch noch abgehend getan, aber es ist etwas gewesen, das man noch nie gemacht hat. Das letzte Aufführung haben wir da immer. Ich warte ins Zentrum unten. Komm, um ein altes Mittag. Ja. Und dann wirst du tanzen auf der Bühne. Ja. 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 Das war's für heute.